Hallo und herzlich willkommen liebe Producer zu einem kleinen Cubase Tutorial. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir die Pitch-Shifting-Möglichkeiten in Cubase auch kreativ einsetzen können, um damit ein Vocal-Sample auf ganz spannende Art zu verfremden. Wir schauen uns das Ganze an folgendem Sample von Matthias an. Genau, das kann dann am Ende zum Beispiel so klingen. Ich starte hier also mit diesem Vocal-Sample von Matthias, das ist in 128 BPM und das habe ich mir hier ins Projekt gezogen und das Projekt-Tempo entsprechend auf 128 BPM angepasst. Als Pro-Member auf mein-home-studio.de findest du dieses Vocal-Sample unter diesem Video-Tutorial direkt zum Download. Falls du kein Pro-Member bist, kannst du das aber natürlich auch mit jedem anderen Vocal-Sample mit nachvollziehen. Okay, starten wir durch. Ja, ich möchte gerne dieses Vocal-Sample so bearbeiten, dass wirklich die verschiedenen Töne ganz unterschiedlich klingen. Manche tiefer klingen, manche höher, manche unterschiedliche Farbe haben. Und dafür gibt es verschiedene Pitch-Shifting-Möglichkeiten, die wir dafür von Cubase nutzen können. Eine davon finden wir, wenn wir ein Audio-Event anwählen, hier oben in dieser Statuszeile. Diese Zeilen hier oben können wir grundsätzlich ein- und ausblenden, indem wir hier auf der rechten Seite oben auf diesen Layout-Button klicken und hier die Info- bzw. Statuszeile ein- und ausblenden. Wenn wir ein Audio-Event ausgewählt haben, können wir das hier über diesen Bereich Transpose nach oben und unten shiften. Das ist also eine ganz schnelle und einfache Möglichkeit, mit dem wir hier um Halbtöne pitchen können. Und das Ganze wird mit dem Algorithmus gepitcht, der hier auf der rechten Seite ausgewählt ist. Hier gibt es also auch nochmal verschiedene Möglichkeiten des Pitch-Shiftings. Mit gedrückter rechter Maustaste schnappe ich mir dieses Scheren-Werkzeug und möchte jetzt verschiedene dieser Töne eben ausschneiden, um die getrennt bearbeiten zu können. Dafür aktiviere ich hier oben das Raster, also lasse diesen Button hier aktiviert. Und links daneben Nulldurchgänge finden lasse ich ebenfalls aktiviert, damit wir immer nur an den Stellen schneiden, wo die Audio-Welle eben durch den Nulldurchgang geht. Dabei gibt es dann eben keine Knackser. Genau, und jetzt setze ich an den Stellen hier Schnitte, wo eben dann neue Töne beginnen, sodass ich die eben einzeln vorliegen habe und entsprechend einzeln bearbeiten kann. Und dann kann ich diese Schnipsel also jetzt einzeln auswählen und hier oben im Transpose-Bereich einfach mit dem Mausrad bisschen scrollen, um dort die Werte zu verändern und hier diese einzelnen Töne auf andere Töne zu pitchen. Kann dann zum Beispiel so klingen. Ein Vorteil dieser Bearbeitungstechnik ist, dass ich sehr schnell damit arbeiten kann, kann also wirklich die einzelnen Schnipsel hier zerlegen und sehr schnell ausprobieren, was passiert, wenn ich die nach oben oder unten shifte. Außerdem, dadurch, dass die Töne wirklich als separate Audio-Events vorliegen, habe ich auch die Möglichkeit, Offline-Processing hier drauf zu verwenden. Das heißt, dass ich so einen Schnipsel zum Beispiel auswählen kann und über Audio, Plugins, jetzt auch direkt Plugins hier drauf rendern lassen kann. Ja, zum Beispiel einen Distortion-Effekt. Wenn ich hier beispielsweise ein bisschen Bit-Crushing drauf verwenden möchte, kann ich das hier auf ganz schnelle und einfache Weise tun. Genau, und dadurch habe ich wirklich auch die Möglichkeit, hier ganz separate Effekte draufzulegen und die in jede mögliche Richtung zu verformen. Ein Nachteil bei dieser Bearbeitung ist, dass ich immer mitdenken muss, was hier eigentlich mit der Melodie passiert. Das hier war zu Beginn ein E und ist jetzt ein D. Das hier war zu Beginn ein G und ist jetzt ein E. Und wenn ich am Ende wissen will, was hier eigentlich für eine Melodie gespielt ist, ist das schon ganz schöne Gedanken-Akrobatik. Außerdem habe ich hier oben über die Infozeile nicht die Möglichkeit, noch die Formanten mit zu shiften, also den Klangcharakter zu formen, ob er heller oder dunkler klingen soll. Und um das zu tun, wollen wir uns als nächstes Mal noch Vari-Audio anschauen als zweite Option. Mit einem Doppelklick darauf öffne ich unser Vocal-Sample in unserem Sample-Editor. Und hier finden wir auf der linken Seite den Bereich Vari-Audio. Hier kann ich also mit Edit Vari-Audio unsere Töne analysieren lassen und sehe jetzt hier, dass wir in der Nähe von einem E liegen zu Beginn, danach hier oben auf das G hochgehen und so weiter. Ja, hier drin liegen unsere einzelnen Töne also jetzt schon als separate Events vor, die ich jetzt hier auch einzeln bearbeiten kann. Und wenn ich die im Nachhinein aber vielleicht noch trennen oder weiter aufteilen oder zusammenfügen will, kann ich das hier in Vari-Audio auch noch tun. Zum Beispiel hier an der Stelle würde ich die beiden Töne gern trennen und da fahre ich einfach mit der Maus hier im unteren Bereich über das Event drüber, klicke einmal und habe die beiden jetzt getrennt. Und genauso kann ich solche Töne auch zusammenfügen, indem ich auf dieser unteren Linie weiter mich nach rechts oder links bewege und dort erscheint dann dieser Klebestift. Und wenn ich einmal klicke, haben wir daraus ein Event gemacht. Beim Bearbeiten dieser Töne habe ich jetzt deutlich mehr Möglichkeiten als zuvor. Ich kann zum Beispiel mehrere Töne auswählen und die einfach auf eine andere Tonhöhe ziehen. Ich kann solche Tonhöhe-Schwankungen noch ausgleichen und die Töne glätten, indem ich die einfach markiere und auf der linken Seite bei Kurve glätten hier einen höheren Wert einstelle. Ja, das kann richtig robotermäßig klingen wie hier hinten. Und wie gerade schon angekündigt, können wir in Vari-Audio jetzt auch die Formanten verschieben. Das können wir uns mal anhören. Ich mache das mal mit dem ersten Ton hier und finde auf der linken Seite hier Formant-Shift mit drin und kann die jetzt nach oben oder unten bewegen, um den Ton insgesamt dann heller oder dunkler klingen zu lassen. Und kann den damit also noch auf eine ganz andere Weise ganz interessant verformen. Und das könnte dann zum Beispiel so klingen. Damit habe ich also die Möglichkeit, vieles meiner Melodie auch zu erhalten und dabei aber trotzdem den Charakter der Stimme komplett zu verändern. Und das ist doch eine sehr spannende Option. Wenn wir beim Produzieren mit solchen Pitch-Shifting-Algorithmen experimentieren, dann entstehen ja manchmal die spannendsten Effekte, wenn wir Extremwerte einsetzen. Also hier zum Beispiel Kurve glätten auf 100% hat uns hier schon ganz interessante Sounds mit dazugegeben. Vor allem an den Stellen, wo die Töne zwischeneinander springen. Beziehungsweise manchmal entstehen hier so kleine Artefakte oder ganz schöne Sachen im Sound, die dann eben sich erst zeigen bei solchen starken Werten. Und sowas klingt natürlich bei verschiedenen Tonhöhe-Korrektur-Plugins auch völlig unterschiedlich. Und deswegen wollen wir uns noch eine dritte Option hier drin anschauen, nämlich das Ganze mal mit Pitch-Correct ausprobieren. Pitch-Correct ist ein Audio-Effekt für Tonhöhen-Korrektur, der in Cubase in jeder Version mit enthalten ist. Und ich möchte mal zeigen, wie wir den tatsächlich auch für solche Effekte einsetzen können. Dafür öffne ich hier die Kanaleinstellungen und lade auf den ersten Inset-Slot hier Pitch-Correct drauf. Genau, er erkennt also hier automatisch, auf welche Tonhöhe Matthias in jedem der Momente singt. Und das Ganze können wir jetzt hier gerade biegen lassen oder noch gerade biegen lassen, als es so schon ist. Dafür stelle ich hier oben den Speed einmal auf 100% und die Tolerance daneben auf 0%. Das ist also ein sehr, sehr starker Eingriff jetzt in die Tonhöhe. Genau, es klingt schon so ein bisschen robotermäßig. Auf der rechten Seite möchte ich hier diese Formanten-Preservation ausschalten, also einmal hier auf Off klicken. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, hier mit diesem Shift-Parameter auch einen sehr interessanten Einfluss eben zu nehmen auf den Klang dieses Sounds. Und die Tonhöhe, auf die Pitch-Correct jeden der vorhandenen Töne korrigiert, die können wir tatsächlich auch extern eingeben per MIDI, also zum Beispiel über unser Keyboard. Dafür klicke ich hier einmal auf Internal und setze diese Scale-Source auf External-Midi-Note. Jetzt habe ich die Möglichkeit, tatsächlich eine externe Melodie einzugeben und jeder der Töne hier drin richtet sich danach. Um das Ganze zu steuern, klicke ich auf der linken Seite in meine Spurliste und füge hier eine neue MIDI-Spur hinzu. Die soll also jetzt die Töne vorgeben für Pitch-Correct. Jetzt füge ich die Spur hinzu und kann jetzt auf der linken Seite im Inspektor den Ausgang dieser MIDI-Spur auf den Eingang von Pitch-Correct ruten. Hier in der Liste taucht das also ganz unten bei mir auf. Das ist also hier von unserem Do-Dub-Channel Pitch-Correct. Das ist der erste Inset-Effekt. Okay, und mehr ist nicht zu tun. Jetzt kann ich tatsächlich über die Klaviatur die Töne einspielen, auf die Pitch-Correct hier tunen soll. So zum Beispiel könnte das dann sein. Ja, also ich habe das Pitch-Shifting sehr stark eingesetzt. Wir haben wirklich völlig verfremdete Töne hier mit dabei und haben eine völlig neue Melodie hier drin. Und wir können tatsächlich auch dieses Formanten-Shifting hier mit einsetzen und auch das automatisieren, indem wir diesen Parameter auf eine Automations-Spur hier in Cubase legen. Um das zu tun, klicke ich oben links auf W für Write. Damit aktiviere ich die Automationsaufnahme. Jetzt spiele ich das Projekt ab und drehe einfach ganz kurz hier an diesem Parameter. Dann werden wir sehen, da wird automatisch eine neue Spur angelegt, auf dem der Parameter dann eben zugeordnet ist. Und mehr will ich gar nicht, dann halte ich direkt wieder an. Da ist diese Spur. Mehr wollten wir gar nicht als diese Spur anlegen. Jetzt kann ich Write wieder deaktivieren und habe jetzt hier meine Spur, die ich frei nach Belieben jetzt gestalten kann. Und das Shifting der Formanten lässt sich jetzt natürlich auch rhythmisch einsetzen. Ich möchte die Automations-Spur mal neu gestalten und lösche dafür die vorhandenen Automationspunkte einfach mal raus und schnappe mir mit Rechtsklick hier das zweite Werkzeug, Objektauswahl. Und damit kann ich jetzt hier verschiedene Achtel markieren und deren Parameter auf der Automationsspur jetzt nach oben oder unten bewegen. Wähle mir zum Beispiel hier die erste Achtel aus und ziehe ein Stückchen nach oben. Ja, die zweite Achtel zum Beispiel kann ein Stückchen nach unten. Und damit kann ich jetzt also hier wirklich Achtel für Achtel die Pitchhifting-Parameter einstellen. Und wenn ich hier einen Takt gestaltet habe, kann ich den tatsächlich auch einfach Copy-Pasten und auf andere Takte übertragen. Also das einfach auswählen, STRG-C klicken und dann STRG-V an der Stelle, wo ich das Ganze einfügen möchte. Ja, hier am Ende vielleicht noch eine kleine Variation mit rein. Spannend. Okay, das ist also die dritte Funktion in Cubase, mit der wir ganz spannende Pitchhifting-Effekte erzeugen können. Und das Ganze wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen in Szene setzen. Und dafür lade ich hier auf der linken Seite auf unsere Vocal-Spur mal noch ein, zwei Effekte mit drauf. Als erstes möchte ich hier gerne Multi-Tab einsetzen, um hier wirklich noch ein bisschen Tiefenwirkung, ein bisschen Hall und Delay mit einzufügen. Ja, klingt doch gleich viel interessanter und hat mehr Tiefenwirkung dadurch. Und gerade wenn wir sowas im EDM-Pop-Bereich einsetzen, dann ist es natürlich spannend, wenn man das noch ein bisschen dichter macht. Und dafür eignet sich ja der Squasher-Effekt hervorragend, um das noch ein bisschen pumpen zu lassen und dichter wirken zu lassen. Genau, bei dieser Option hier werden direkt alle Bände hier drin sehr stark verdichtet und zum Pumpen angeregt. Aber um das nutzen zu können, brauchen wir eben auf dem Sidechain-Kanal 1 irgendein Signal, das uns sagt, wann das Ganze überhaupt pumpen soll. Und für den Sidechain aktiviere ich hier oben diesen Sidechain-Eingang und möchte jetzt auf den Sidechain 1 eine Kickdrum routen, die zum Beispiel hier auf jeder Viertel anschlägt. Ja, schnapp mir also zum Beispiel hier meine Drums und lege hier irgendeine Kickdrum auf jede Zählzeit. Ja, zum Beispiel diese Kick. So, jetzt muss ich ihm nur noch erzählen, dass wir diese Kickdrum als Sidechain-Signal nutzen wollen, um hier unsere Vocals pumpen zu lassen. Also, wieder rein in den Squasher, klicke auf dieses kleine Zahnrad und wähle jetzt bei Add Sidechain Source hier unsere Kick aus. Super, mehr ist nicht zu tun. Ja, und das ist doch eine super spannende Grundlage, um mit eigenen Vocals samples in eine Produktion zu starten und darauf dann eben einen Beat zu produzieren. Ich möchte das auch mal machen, mal schauen, was hier entsteht. Let's go! Ja, das ist doch eine ganz lustige und verspielte Skizze geworden und dabei würde ich es gerne für heute erstmal belassen wollen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst und hoffe, ich konnte ein bisschen was Spannendes zeigen rund um das Thema kreatives Pitchshifting in Cubase. Falls du noch nicht abonniert hast, nimm gerne ein Abo mit hier unter diesem Video und wir sehen uns dann im nächsten. Bis dahin, mach's gut! 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 Vielen Dank.